So, die Workshops sind vorbei, die Jungs sind fit für die VigoZone Final Challenge am 14.12. in Essen. Herzlich Willkommen zur VigoZone Challenge. Wir kommen jetzt zu unserer ersten Band. Es sind tolle Leute dabei und wer ganz vorne ist, bei der VigoZone Final Challenge entscheidet sich am 14.12. im Kolosseum in Essen. Einland Hamburg